Musik Komm mal Ja, wie den Schleier Wie heißt du denn? Marlene Hallo Noch eins für den Papa raus? Sehr schön Schleier 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 Vielen Dank. Vielen Dank. You require into your true self to realize and to be happy. Nothing else to do. Thank you. 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 Können Sie mich etwas umnützen? Gerne, gerne. Und von Ihnen selber? Ja, das ist wichtig. Maduka, zunächst bedanke ich mich, Ihnen belegen zu sein, wie segensreich es ist. Besonders dieses Jahr, durfte ich erkennen, welche Gnade. Und reicht du, es ist dieser Präsenz zu vertrauen. Wie andeinander und in Frieden ich mit meinen Konfrontationen im Leben sein kann. Liebe, Nähe und Berührung aus dieser tiefen Träule geschieht. Wie wunderbar, im Frieden zu sein mit allem, was kommt und geht. Es ist ein kostbares Geschenk, im Leben zu sein. Und welche große Kraft dem zugrunde liegt. Danken möchte ich auch allen lieben Menschen, mit denen ich das teilen darf. Was gibt es besseres, als dem zu danken und zu wehnen? Frieden möge sich ausbreiten und Freude. Wenn Sie nach Südtirol kommen. Liebe, Liebe. Danke, danke. Jetzt kann ich nur freudig nicken und glücklich sein mit Ihnen, was Sie geschrieben haben. Wohl gerade Ihre Mutter gestorben ist. Dennoch diese Erkenntnis. Und dann gleich ein weiterer Termin. Südtirol war schon auf der Strandliste. Das müssen Sie gut bekommen haben. Vorher noch zu Rita gesagt. So viele Termine in der Zukunft. Und schon jetzt revoltiert der Körper. Wegen soviel Reisen. Und das ist. Und das ist. Ich sage ja. Und das ist ja. Insbesondere die Liebe hoch. Und das ist ja. Und das ist ja. Und das ist ja. Und der Körper wird eh früher oder später gehen. Deswegen darf er doch sicher noch in das schöne Sitturon kommen. Gute Luft isst, gutes Wasser, schöne dickköpfige Menschen. Gute Luft. Gute Luft. Gute Luft. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, bitte schön Ich möchte mich auch bedanken, wie es mir vor ein paar Tagen so schlecht gegangen ist und wie man gewusst hat, wie es weitergehen soll und zum Hilfe gebeten hat, war ich sie sofort da Instant einfach da Ich habe mich das erste Mal total beschützt und behütet gefühlt Ich habe mich das erste Mal total beschützt und behütet gefühlt Ich habe mich das erste Mal total beschützt und behütet gefühlt Ich habe mich das erste Mal total beschützt und behütet gefühlt Ja, bitte schön Kann ich die entgültige Befreiung dann nur durch Sehnsucht und durch Hingabe erlangen oder geschieht der Zukunft von allein? Diese Sehnsucht ist ja kein Können Diese Hingabe ist auch kein Können Und woher kommt man diese Sehnsucht? Aus dem tiefsten Herzen Aus der Wahrheit Ganz tief innen Das zu sein Und zu wissen Ich war immer das, bin das und werde es immer sein Der aus Strahte Sehnsucht Der aus Strahte Sehnsucht Und sie nehmen sie wahr Ganz schön Dann stehen sie wie ein Schneemann in der Sonne Und schmelzen langsam Andere Vielen Dank. Sie sind lediglich in diesem Laser-Strahl der Gnade. Davon entfernen Sie sich nicht. Und dann schmelzen Sie ganz von selbst dahin. Und wir haben wieder kurz hier. Ist das jemand traurig, wenn er einen Arm verliert? Ein Kohlenauge? Die Rüben. Geht vielleicht trauriger aus, oder? Schmelzt einfach dahin. Und da er, als es dahin schmilzt, lassen Sie es nicht. Und in dieser Erkenntnis strahlen Sie. Und in diesem Strahlen schmilzt der Schneemann noch schneller. Diese Gnade ist so still und leise und dennoch so glorreich. Und da er, als es nicht so ist, ist es nicht so, dass es nicht so ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Erkannt ist das, was lang gesucht ist, bereits hier war, die war hier. Dann ist Erleichterung, dann geschieht Erleichterung. Ist alles wunderbar. Und das andere, was da geschehen hat im Leben, darf weiter geschehen, kann weiter geschehen. Warum? Ihre Tätigkeiten, Ihre Pflichten, Ihre Freude, warum nicht? Du sollst wissen, ich bin nicht der Handelnde. Weltbefrei. 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 Die Glocken rufen uns zum Mahl, dann essen wir mal. Amen. Amen.